Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz eBay. In dem heutigen Video schauen wir uns die Gebühren von eBay an. Jetzt schauen uns die Gebühren der Verkaufsprovision an, aber auch ein Shop-Abonnement, ob es sich lohnt oder nicht, welche Kosten in Verbindung stehen, welche Vorteile man hat und vieles weitere. Das Ganze in diesem Video. Viel Spaß und bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja Freunde, wie angekündigt, lasst uns mal einen Blick drauf werfen, welche Gebühren uns denn auf dem Marktplatz eBay anfallen, wenn wir hier als gewerblicher Verkäufer auf dem Marktplatz eBay auftreten möchten. Die Gebühren sind natürlich ganz, ganz wichtig und essentiell für die Berechnung eurer Kalkulation. Ob ihr noch Gewinn macht oder nicht, entscheiden oftmals die Gebühren, aber auch Versandkosten und gegebenenfalls auch Steuern. Ich möchte hier das Ganze auf die Gebühren von eBay beschränken. Jegliche Steuern oder Versandkosten müssen natürlich zusätzlich kalkuliert werden und dann denke ich mal, gehen wir das Ganze hier Schritt für Schritt durch und es wird sich hier auch nur für die Gebühren für gewerbliche Verkäufer handeln. Wenn du privater Verkäufer bist, dann hast du hier die Möglichkeit auf private Gebühren bzw. Gebühren für private Verkäufer zu klicken und das Ganze auch hier nachzulesen. Alle Informationen findest du unten in der Videobeschreibung sowie auch die Schritt für Schritt Einleitung in kompletter Form auch unten in der Videobeschreibung. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und gerne solche Themen mehr sehen möchtest, wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, aber auch anderen Marktplätzen, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke. So bleibst du immer auf dem aktuellen Stand und gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele, viele weitere Videos und wir können uns hier gegenseitig als Community austauschen und uns unterstützen. So, dann lass uns mal beginnen und nicht die Zeit verlieren, sondern hier uns mal die Gebühren anschauen für gewerbliche Verkäufer, wie du siehst. Ja, die Gebühren setzen sich aus verschiedenen Sachen zusammen. Wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Wie schon gesagt, Gebühren für private Verkäufer werden gesondert behandelt, findest du unten in der Videobeschreibung. So, Verkaufsprovisionen. Verkaufsprovisionen werden je nach Kategorie berechnet. Die Verkaufsprovisionen setzt sich aus dem Prozentsatz des Gesamtbetrages der Transaktion und 35 Cent pro Bestellung zusammen. So, wir haben hier verschiedenste Kategorien, die wir natürlich hier auch gesondert einmal aufrufen können und dann schauen können, okay, wie viel Prozent zahle ich für welche Kategorie. Das solltest du für dich hier dementsprechend entscheiden und überprüfen, welche Artikel aus welchen Kategorien du verkaufst. Diese können sich hier wirklich ganz groß auch unterscheiden. Wie du siehst, hier bis 14 Prozent geht das Ganze. Dann wird noch unterschieden mit Shop oder ohne Shop. Also, da gibt es auch Unterschiede. Das solltest du schauen. Da sind natürlich hier die Gesamtbeträge, spielen hier die relevante Rolle, um hier das Ganze besser für dich kalkulieren zu können. Falls du eine Kalkulationstabelle erstellen möchtest oder von mir vielleicht die benutzen möchtest, die ich für mich erstellt habe und so kalkuliere per Excel, dann findest du das Ganze auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten auch hier oben in der Infobox habe ich dazu schon mal ein Video gemacht, wie du eine perfekte Kalkulation für dich erstellen kannst mit Versandkosten und allen jeglichen Zusatzgebühren. So, also, dann solltest du hier die ganzen Sachen dir einmal anschauen und dann hast du auf jeden Fall deinen Prozentsatz für den jeweiligen oder für die jeweilige Kategorie herausgefunden. So, dann haben wir noch verschiedenste Vorteile, wenn wir zum Beispiel ein Shop-Abo abschließen bei Ebay. Und ein Shop-Abo schauen wir uns gleich mal noch ins Detail an, wann es sich lohnt, überhaupt ein Shop-Abo zu abonnieren, um hier gewisse Vorteile auch nutzen zu können. So, dann haben wir hier zusätzliche Informationen zu Verkaufsprovisionen, das solltest du dir auch auf jeden Fall anschauen. Hier haben wir verschiedenste Dinge, die du auch beachten solltest. Und zwar berechnet dir Ebay teilweise sogar Verkaufsprovisionen, wenn du über Nachrichten mit dem Kunden außerhalb Ebay ein Geschäft zustande kommen lässt. Das bedeutet, du möchtest die Provision umgehen und vereinbarst das mit dem Kunden oder mit dem Käufer, außerhalb Ebay das Geschäft abzuwickeln. Auch das sieht natürlich Ebay in den Nachrichten und wird dir dann die Provision berechnen, wobei das eigentlich nicht korrekt ist, in dem Sinne, dass in den AGBs verankert ist, dass Geschäfte, die du über Ebay anstößt, auch nur über Ebay abgeschlossen werden dürfen. Das kann sein, dass da hier auch dein Konto in Gefahr steht, auch gesperrt zu werden. Deswegen solltest du auf jeden Fall aufpassen, Geschäfte außerhalb Ebay durchzuführen. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, auch wenn du ein Produkt verkauft hast und dann eine Retoure zu dir kommt, das heißt, der Kunde hat den Kauf widerrufen, dann bekommst du in der Regel auch die Verkaufsprovision zurück als Gebührengutschrift. Und du solltest aufpassen, dass dein Service-Status immer gut ist und überdurchschnittlich. Falls er in den Status unterdurchschnittlich fällt, bezahlst du natürlich um einiges mehr Provisionen als mit einem überdurchschnittlichen Status oder Top-Bewertung. Falls du dazu mehr Informationen haben möchtest, habe ich auch bereits Videos erstellt, findest du oben in der Videobeschreibung oder in der Infobox. So, dann haben wir Angebotsgebühren. Ja, wie ich schon gesagt habe, Festpreisangebote haben wir hier 35 Cent pro Angebot und Auktionen sind es dann 50 Cent pro Angebot ohne einen Ebay-Shop. Wenn du einen Ebay-Shop hast, dann hast du hier die Möglichkeit, natürlich diese Kosten zu umgehen. Ich klicke hier mal auf die Pakete, welche Vorteile wir haben mit einem Ebay-Shop. Um Kosten zu sparen, kannst du natürlich hier bei Ebay ein Shop-Abonnement auswählen und wir haben hier vier verschiedene Optionen oder Tarife. So, das Ganze fängt hier mit Basis an, Top, Premium und Platin. Und in der Vergangenheit war es so, dass man hier auch ein Jahresabo abschließen konnte für einen Shop, dann war es günstiger. Mittlerweile hat Ebay das Ganze hier gestrichen. Das bedeutete, man kann das Ganze nur monatlich abschließen, aber auch monatlich kündigen, was natürlich Vorteile mit sich bringt, aber dementsprechend die Preise natürlich etwas auch erhöht sind. So, und das Ganze fängt hier mit 39,95 an. Welche Vorteile hast du? Du kannst bis 400 Produkte, Festpreisangebote monatlich einstellen, beziehungsweise wenn du die eingestellt lässt, dann erneuern sie sich immer wieder und dann wird aus diesen 400 pro Monat immer wieder ausgeschöpft. Also, wenn man das so nimmt, dann heißt es in der Regel, dass du ab 100 Festpreisangeboten hier wirklich ein Abo abschließen kannst, ein Shop-Abonnement bei Ebay, um hier gegebenenfalls Kosten zu umgehen. Und ich meine natürlich hier die 35 Cent pro Angebot, pro Festpreisangebot und die kannst du natürlich mit einem Shop-Abo umgehen, indem du hier 400 frei hast. Nur zum Verständnis. Falls du, wie gesagt, Fragen hast, gerne unten einen Kommentar dazu hinterlassen, falls dich noch weitere Informationen interessieren. Natürlich hast du auch weitere Vorteile, wenn du ein Shop-Abo abschließt. Du hast hier allgemeine Shop-Funktionen, die du nutzen kannst. Dazu werde ich in einem späteren Video näher darauf eingehen, welche Möglichkeiten du hast, hier auch deinen Shop zu gestalten, wie du die Kategorien einordnen kannst und vieles mehr. Du kannst hier Angebotsoptimierung vornehmen, du kannst hier auch Abmahnschutz nutzen, beziehungsweise hast du hier mit Inklusive. Und natürlich hast du hier auch Therapie. Und zwar, das ist die Warenbeschaffungssoftware oder Tool, würde ich das nennen, was Ebay hier von sich selbst anbietet. Dazu habe ich bereits auch schon mal ein Video gemacht. Du schaust dir gerne hier oben in der Infobox an. Ist ein cooles Tool, um hier zu analysieren, was gerade gut läuft und was man gut verkaufen kann bei Ebay. Aber auch viele andere Themen, wozu du dich hier natürlich ein bisschen mehr informieren kannst, falls dich das Ganze interessiert. Dann erhöht sich das Ganze mit einem Top-Abo, natürlich um einiges mehr an Angeboten. Aber du hast hier auch noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel die Unterstützung beim internationalen Handel über Webinterpret und bei anderen Shop-Modellen, wie zum Beispiel Platin, hättest du zum Beispiel auch noch verschiedene Wachstumsrabate oder auch Verkaufsprovisionen mit 10% nochmal Nachlass. Aber da kostet der Shop auch monatlich 5.000 Euro, ist also nicht wirklich ein Schnapper. So, dazu dann soweit, so gut. Gut, wir haben noch weitere Zusatzgebühren, die anfallen könnten, wenn du ein Angebot erstellst mit Zusatzoptionen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel gewisse Sachen wie Anzeigen schaltest, damit dein Angebot noch weiter hervorgehoben wird und beworben wird, dazu habe ich bereits auch ein Video gemacht, schaust dir gerne hier an. Und du hast verschiedene andere Sachen, wie Galerie Plus, Untertitel, das kostet natürlich alles zusätzlich extra, auch unabhängig von einem Shop-Abonnement natürlich. Und ja, Mindestpreis bei Auktionsangeboten, musst du hier auch darauf achten, dass hier gewisse Gebühren anfallen könnten und so weiter. Des Weiteren haben wir hier verschiedene andere Gebühren für Artikel oder sagen wir mal Produkte wie Flugzeugebote und so weiter. Da kannst du natürlich auch hier alles nachschauen. Den Link findest du dazu natürlich in der Videobeschreibung. Wir haben aber auch Gebühren zu Inseraten, die werden separat aufgeschlüsselt, wie zum Beispiel Immobilien, Ferienwohnungen, Tickets und so weiter. Das ist ein separates Angebot, wo du auch dich einmal informieren solltest, was genau hier berücksichtigt wird. Hier sind verschiedene Laufzeiten auch relevant und vieles weitere. Und wir haben natürlich internationale Gebühren, die auch zusätzliche Kosten mit sich bringen, wie zum Beispiel hier. Und zwar, wenn du dann Europa, Schweden, die Eurozone und UK ausgenommen hast, dann hast du hier 1,6% mehr an Verkaufsprovision. Ist es nur die Eurozone und Schweden, dann ist das Ganze kostenlos. Aber für die anderen Länder solltest du natürlich hier das Ganze beachten und gegebenenfalls dich bei Ebay auch noch weiter informieren, falls du planst, das Ganze noch weiter auszuweiten. So, auch haben wir Verkaufsgebühren für die Währungsumrechnung. Das solltest du dir auch genau anschauen, falls du hier in ein anderes Land verkaufst, die eine andere Währung haben. Auch hier fallen zusätzliche Gebühren an. So viel zu den Verkaufsgebühren bei Ebay. Also, einen Rechner gibt es so nicht. Du kannst mal googeln. Es gibt verschiedene Rechner, wo du dann direkt das Ganze kalkulieren kannst. Ich habe, wie gesagt, dazu einen eigenen Excel-Rechner erstellt. Kannst du dir gerne anschauen. Dazu findest du das Video unten in der Videobeschreibung. Ansonsten soll es gewesen sein zu den Gebühren für gewerbliche Verkäufe auf dem Marktplatz Ebay. Sehr überschaubar im Grunde genommen. Es sind immer so um den Dreh 11% bis 15%. Falls du noch weitere Fragen hast zu diesem Thema Gebühren, gerne die Kommentarfunktion benutzen. Da gehe ich so schnell wie möglich darauf ein. Ansonsten freue ich mich, wenn ich dir mit diesem Video weitergeholfen habe und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Alles Gute. Ciao.